Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Laura und von mir gibt es heute ein Video zum Thema Körper, Fitness, Essstörungen, Zunehmen, Abnehmen, Sport und so weiter und so fort. Es ist ein sehr weit gefächertes Thema, es verlässt glaube ich niemals meinen Kanal, ich habe schon so viele Videos zum Thema gemacht, aber ich glaube das letzte ist wirklich schon eine Weile her, also jetzt mal wieder Zeit für ein kleines Update hier. Ich erzähle euch in welcher Situation ich gerade bin, wie es aussieht. Als erstes, hattest du eine Psychotherapie und wenn ja oder nein, wieso? Das Ding ist, ich habe persönlich nie eine Diagnose bekommen und ich war auch niemals in Therapie, weil ich auch immer gedacht habe, dass mein Problem nicht groß genug ist und ich glaube, das ist ein Problem, was sehr viele Leute haben. Wie will man das vergleichen, wessen Problem ist ein richtiges Problem und wessen ist keins, wisst ihr so. Jedes Problem ist ein Problem und wenn ihr ein Problem habt und es selbst nicht lösen könnt oder einfach ein bisschen Unterstützung braucht oder einfach mal irgendjemandem davon erzählen wollt, um das so von euch loszuwerden, dann ist es kein falscher Schritt, sage ich mal, in Therapie zu gehen. Und ich denke auch häufiger darüber nach, das mal zu machen, also einfach mal zu einem Therapeuten zu gehen. Nicht unbedingt nur wegen Essstörungen, sondern wegen verschiedenen Sachen, wisst ihr. Ich habe schon häufiger darüber nachgedacht, letztendlich habe ich es bisher immer noch nicht gemacht, weil irgendwas in mir sagt, so, ist es wirklich notwendig? Aber ich denke mir so, weiß nicht, schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Ich denke mir halt, schlechter kann es doch eigentlich damit nicht werden, ne? Dann hat mich eine Person gefragt, wie schaffe ich es endlich aufzuhören, Kalorien zu zählen? Ich habe einfach zu viel Angst, dass ich zu viel esse, wenn ich nicht mehr zähle. Das ist eine gute Frage, meine Liebe, weil ich habe jetzt vor, warte, was haben wir für einen Monat? Juli, also ich habe vor knapp vier Monaten, glaube ich, aufgehört, Kalorien zu zählen. Ich habe, glaube ich, eineinhalb Jahre lang wirklich regelmäßig, fast jeden Tag immer gezählt, was ich gegessen habe und so weiter. Und eigentlich fand ich es auch nicht allzu schlimm. Ich muss sagen, nicht jeder kommt damit zurecht. Für manche ist es sehr belastend irgendwie, aber ich kam eigentlich ganz gut damit klar und ich hatte keine Probleme damit, mich hat es nicht irgendwie jetzt getriggert in irgendwelche Richtungen. Ich glaube, es tat mir sogar zeitweise richtig gut, dass ich das gemacht habe. Ich habe einfach so gemerkt, dass ich es irgendwie nicht mehr brauche. Ich war mir halt nicht so sicher, möchte ich weiter abnehmen, möchte ich zunehmen, möchte ich Muskeln aufbauen? Was möchte ich überhaupt? Ich weiß es selbst nicht, wisst ihr? Und ich habe halt gemerkt, dass so wie ich es gerade gemacht habe, einfach im Kaloriendefizit immer zu essen, dass mich das nicht weiterbringt, da wo ich gerne hinwollen würde, so, wisst ihr? Und deswegen habe ich aufgehört. Und dann ist mir halt aufgefallen, wirklich so in den letzten drei, vier Monaten habe ich vielleicht zwei Kilo zugenommen. Und da denke ich mir so, du hast jeden Tag alles eingegeben, immer wieder in eine App, alles gewogen. Ich habe nicht immer alles so genau gemacht. Manchmal habe ich auch Pi mal Daumen so geguckt. Aber ich habe halt echt, sage ich mal, schon einiges an Arbeit da reingesteckt. Wow, zwei Kilo plus oder minus, da braucht man sich echt keine Gedanken machen. Da bin ich lieber, sage ich mal, losgelöst von dem und denke nicht so viel darüber nach. Kann mein Leben, glaube ich, ein bisschen mehr genießen, als zu denken, oh, was passt noch rein? Und hier müssen noch so viele Proteine rein. Hm, ja, vielleicht mache ich dann hier lieber noch Proteinpulver mit rein, weil sonst passt das da nicht. Oder vielleicht hier noch zehn Gramm weniger. Da denke ich mir halt so, wisst ihr, da habe ich halt lieber diese zwei Kilo drauf. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Deswegen, ich würde nicht generell sagen, dass Kalorienzählen schlecht ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt für viele nicht so ein gutes Bild von Essen im Kopf hat. Und ich habe auch selbst gemerkt, dass ich das einfach nicht so gut fand, dass ich von voll vielen Lebensmitteln einfach wusste, wie viele Kalorien die haben. Wisst ihr, Freunde haben mich einfach mal, keine Ahnung, wenn jemand auch Spaß gesagt hat, ja, wie viele Kalorien hat denn sowas. Ich wusste halt immer die Zahlen, wisst ihr. Und irgendwie war ich so, irgendwie möchte ich das nicht. Und deswegen habe ich halt dann vor vier Monaten jetzt, ja, ich habe Anfang April aufgehört, das hört sich schon an, ne? Ja, ich habe aufgehört Kalorien zu zählen, ich habe aufgehört zu rauchen und habe da keine Angst vor. Am Anfang kann es halt vielleicht sein, dass man manchmal sich unterschätzt oder überschätzt oder so. Was mir ja auch sehr wichtig ist, ist immer, dass alles in so Balance steht in der Hinsicht. Man ist ja auch irgendwie gewohnt daran, wie viel man immer isst und so weiter. Deswegen ist es jetzt nicht so dramatisch, wenn man mal ein bisschen mehr isst oder mal ein bisschen weniger. Es ist halt im Endeffekt die Balance. Hast du ein Vorbild für deine Traumfigur? Das Ding ist ja, es gibt schon Leute, wo ich mir so denke, wow, das ist schon ein verdammt schöner Körper. Aber es ist halt immer super schwer, sich damit zu vergleichen, weil man sieht halt im Endeffekt nicht so aus. Wisst ihr, so unsere Körper sind verschieden, mein Oberkörper ist zum Beispiel viel länger als bei anderen Leuten. Und dann denke ich so, wow, ich hätte gerne diese schönen, kräftigen Beine. Und meine Beine sind halt ein bisschen kürzer und die werden wahrscheinlich nie aussehen wie von der Person. Aber um es einfach mal hier mit reinzunehmen, natürlich habe ich Leute, da will ich schon nicht einen Einsacken zu dem Körper. Also einmal haben wir dann Natascha Ossian. Ich liebe sie sehr. Ich finde sie einfach von der Persönlichkeit sehr cool. Ich mache auch zur Zeit ihr Sportprogramm. Ich blende euch mal hier Bilder ein, damit ihr seht, wen ich meine. Natascha kommt aus London. Dann habe ich noch eine, die kommt auch aus London. Staffit. Ich weiß gar nicht, wie sie richtig heißt. Stephanie, wie auch immer. Ihr Körper ist auch ein Traum. Die sind natürlich beide so eher auf dieser muskulöseren Seite, muss man sagen. Ich persönlich mag es halt einfach sehr. Ich finde es so schön, einfach diese muskulösen Oberschenkel. Ein Sixpack, diese schönen Schultern. Aber Leute, es gibt einfach so viele Leute, die schöne Körper haben. So, guckt allein mal ins Spiegel. Ich habe auch sehr viele Fragen generell zum Thema Binge Eating bekommen, weil das ja eigentlich so mein letztes Problem irgendwo ist oder war. Ich habe schon verschiedene Probleme in meinem Leben gehabt mit Essen, aber das letzte war auf jeden Fall, dass ich eine Zeit lang immer zu viel gegessen habe. Und wirklich so viel zu viel zu viel zu viel, bis mir schlecht wurde, Bauchschmerzen, alles. So wisst ihr. Wie gesagt, immer ohne Diagnose, aber ich hatte auf jeden Fall sehr viele Fressattacken. Und da habe ich sehr viele Fragen bekommen. Wie wird man es los? Was tust du gegen Jojo-Effekt und Fressattacken und so weiter? Und ich muss euch einfach mal sagen, ein ganz wichtiger Tipp von mir ist, dass ihr einfach mal genug esst. Weil ich sehe so verdammt viele Leute in meinem Umfeld, alles Mögliche überall, dass Leute einfach zu wenig essen. Ich komme nicht drauf klar, wisst ihr. Wenn man mal überlegt, so klar, eine Fitbit ist nicht genau, aber ich habe so, wenn man grob schaut, an einem Tag, wo ich vielleicht Sport mache, vielleicht aber auch nicht unbedingt, wo ich nur spazieren war oder so, habe ich auf jeden Fall immer so 2500 Kalorien verbrannt. Wenn ich dann tanzen war oder wenn ich noch Sport gemacht habe, ist es meistens mehr, 3000, wenn nicht sogar mehr. Überlegt euch mal, wie viel das ist. Okay, bei mir ist es vielleicht ein bisschen höher als bei anderen. Ich bin halt generell ein bisschen größer. Ich bin natürlich auch 1,70 und wiege ein bisschen mehr als die meisten Leute. Aber einfach mal, um das mal so zu zeigen, auch die meisten Frauen in meinem Alter und so weiter, die verbrennen safe mindestens 2000 Kalorien am Tag und essen dann aber teilweise nur 1000 oder so. Vor allem in so Diätphasen, wo man dann ein bisschen hier, ein bisschen da nur ist und so weiter. Und irgendwann will euer Körper halt einfach nur ganz viel essen. Und sobald er dann Essen bekommt, schaltet er, weiß ich nicht, ob der irgendwie Signale an dein Gehirn aussendet, so, nimm dir jetzt alles, was du kriegen kannst, mach das rein. So erkläre ich mir das. Ich habe nichts in die Richtung studiert, nichts gelernt, aber so stelle ich mir das auf jeden Fall vor. So, guck mal, das kommt die ganze Zeit nur ein bisschen wenig und der Körper ist so, warst du das wieder für heute? So, er liegt so abends im Bett, der Magen grummelt, er so, kommt da jetzt noch was? Nee. Und dann am nächsten Tag, dann seid ihr so im Supermarkt und dann seht ihr so was Nettes, ne? Und dann denkt ihr, boah. Und der Körper ist so, damn, da kommt was auf uns zu. Schon auf dem Weg nach Hause snackt man schon ein bisschen Chips oder so, hier. Dann fängt man zu Hause an, macht Ben & Jerry's auf und fängt an zu löffeln und so. Was ich natürlich irgendwo auch nicht problematisch finde, wenn man das so einfach macht, aber halt dieses Switchen zwischen viel zu wenig essen und viel zu viel essen, ist halt so dieses Jojo-Binge-Eating-Ding, ne? Und bei mir war das auch ganz oft so, wenn ich dann so eine Fressattacke hatte, war ich so, okay, heute esse ich nichts mehr. Und morgen esse ich auch nichts mehr. Morgen dann nur noch ganz wenig. Dann fange ich erstmal mit ganz wenig an und dann schaue ich, wie weit ich komme und keine Ahnung was. Und dann sind wir halt wieder bei dem genau gleichen. Ihr habt dann ganz viel gegessen. Wieder eine lange Periode, wo ihr vielleicht nichts esst oder nur eine kleine, ganz kleine, Mini-Kleinigkeit. Irgendwann rastet der Körper einfach aus. Ich kann es mir nicht anders erklären. Deswegen meine Empfehlung. Esst bitte einfach genug. Esst eine vernünftige Mahlzeit und seid nicht so, ja, ich habe eigentlich noch ein bisschen Hunger oder keine Ahnung. Fangt mit einem guten Frühstück an, was euch erstmal sättigt für ein paar Stunden. Und wo ihr nicht dann die ganze Zeit so stundenlang rumgeht und Hunger habt. Normale Mahlzeiten, wo ihr satt seid. Und falls ihr dann mal wieder in der Situation von einer Fressattacke kommt, kommt bei mir auch selten vor. Aber wenn es mal so weit ist, dass ich mich danach dann nicht im Nachhinein bestrafe und sage, okay, jetzt wird erstmal nichts mehr gegessen. Nein, dann schaut man halt. Wenn man wieder abends Hunger bekommt, dann isst man halt. Und dann am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder anders aus und man fängt genauso normal an wie immer. Und man hungert nicht, sondern isst einfach ganz normal weiter. Hört sich natürlich alles einfacher an, als es im Endeffekt ist. Vor allem, wenn man halt so ein geschädigtes Hirn hat, was einem die ganze Zeit irgendeinen Quatsch erzählt. Deswegen glaube ich persönlich auch, hat mir das Kalorienzählen so gut getan, weil ich halt gesehen habe, dass ich voll viel essen kann. Ich war so, ich habe 3000 Kalorien verbrannt und selbst wenn ich 2500 Kalorien esse, nehme ich immer noch ab. Ich glaube, so viel essen die wenigsten. Und da habe ich halt gesehen, ey, ich kann voll viel essen. Vielleicht ist es für manche nicht viel, aber ich habe halt sowieso schon mich eher so gesünder ernährt. Und dann sieht man halt so, Gemüse hat kaum Kalorien und keine Ahnung. Jetzt sind wir wieder beim Thema Kalorien. Es tut mir leid, durch dieses Video ziehen sich wahrscheinlich einige Trigger. Ich weiß nicht, wie ich es sonst euch erklären soll. Ich denke die ganze Zeit nur an Essen. Wie kann ich das stoppen? Das ist natürlich eine gute Frage, meine Liebe. Ich wüsste es auch gerne, weil ich mich, glaube ich, auch mit dem Thema trotzdem noch mehr beschäftige, als ich wollen würde. Aber das Ding ist, wird man das irgendwann komplett los? Ich hoffe es für mich selbst schon. Aber ich muss halt so die Situation akzeptieren, wie sie ist. Ja, es werden viele Gedanken um Essen durch meinen Kopf sich kreisen. Und ich muss halt irgendwo einfach das Beste daraus machen. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal abschalten kann. Das Ding ist, wenn man halt eine Essstörung hatte oder halt ein gestörtes Essverhalten, du wirst es halt irgendwie, so blöd es sich anhört, nie komplett wieder los. Ja, wie kann ich das stoppen? Ich wünschte, ich wüsste, wie man es los wird. Aber wie motivierst du dich, Sport zu machen? Das Ding ist mittlerweile, ich mag Sport halt richtig gerne. Mir macht es Spaß. Ich gehe gerne ins Gym. Manchmal ist es halt so der Gedanke davor, bin ich so, habe ich Bock drauf. Aber irgendwie, ich mache es einfach echt gerne. Und deswegen würde ich euch einfach mal empfehlen, herauszufinden, was euch Spaß macht. Also man muss ja nicht unbedingt das Gleiche machen. Es muss nicht unbedingt Gewichte heben sein. Es muss nicht unbedingt 40 Minuten auf dem Stepper sein, so wie manche Leute das gerne machen. Can't relate. Versucht verschiedene Kurse auszuprobieren. Versucht mal irgendwas anderes auszuprobieren, so wie Boxen oder so. Oder Fahrrad fahren. Oder vielleicht mögt ihr gerne Inliner fahren oder so. Sucht irgendwas, was euch gefällt. Probiert verschiedene Sachen aus. Ich zum Beispiel liebe Sumba. Das ist auch nicht für jeden was. Ich kenne Leute, die hassen es. Die haben es einmal gemacht, die haben gesagt, nie wieder gehe ich in diesen Sumba-Raum rein. Ich liebe es zum Beispiel sehr. Deswegen probiert verschiedene Sachen aus. Vielleicht findet ihr irgendwas, was euch Spaß macht. Und wenn es euch keinen Spaß macht, dann nicht. Dann macht halt irgendwas. Ich finde es ja trotzdem immer wichtig, sich zu bewegen. Egal, ob es jetzt wirklich so Sport, Sport machen ist. Aber man muss halt irgendwo aktiv bleiben. Weil wir wollen ja alle jung und frisch bleiben und möglichst lange noch leben. Ob das so der Wahrheit entspricht. Wie gesagt, ich finde es halt einfach wichtig, dass man in Bewegung bleibt. Und nicht vergammelt vor sich hin. Und sich nie bewegt und ist so, oh, was ist Bewegung? Geht spazieren. Tanzt eine Runde in eurem Zimmer ab. Macht irgendwas. Irgendwas, was es gibt, was sich vielleicht auch nicht anfühlt wie Sport. Hast du abgenommen, seitdem du Intermittent Fasting machst? Ich mache das jetzt seit knapp drei Monaten. Und ich habe in der Zeit nicht abgenommen. Aber das war auch nicht mein Ziel. Wie ich euch auch schon im Video gesagt habe. Ich wollte nicht abnehmen damit. Ich wollte nicht weniger essen damit. Ich habe das einfach nur gemacht, weil ich Probleme mit meinem Magen habe. Und die seitdem nicht mehr habe. Und ich bin sehr froh, dass sie weggegangen sind. Es ist irgendwie unglaublich, weil ich echt so lange, so oft Magenschmerzen, alles mögliche hatte. Und jetzt mache ich das seit drei Monaten und es ist einfach gone. Wie schaffst du es nicht so viel industrielle Süßigkeiten zu essen? Ich esse schon ganz gerne Süßigkeiten, ne? Es gibt halt nicht so viel Auswahl als Veganer, sage ich mal. Greife ich da, glaube ich, weniger zu. Ich glaube, wenn ich Allesesserin wäre, ich glaube, ich wäre nicht zu stoppen bei Süßigkeiten. Ich weiß nicht, was es ist. Was war das Schlimmste, was du deinem Körper angetan hast? Alles, was ich in dem gestörten Essverhalten, sage ich mal, getan habe, war nicht gut für meinen Körper. Das ist halt so eine Folge, die ich nicht im Kopf hatte. Und vielleicht war es irgendwie in dem Moment auch egal, beziehungsweise nicht egal, aber ich wusste nicht, was ich dagegen tun soll. Ich hatte halt ein Jahr lang meine Periode nicht. Und da war es halt so, kommt sie zurück? Sie ist zurückgekommen, aber das ist nicht bei jedem Menschen der Fall. Die hätte auch nicht zurückkommen können. Das ist so eine Sache, die man auf jeden Fall nicht vergessen sollte. Und was natürlich nicht gut war, war dieses Ganze auf und ab mit dem Gewicht. So in meiner Teenager-Zeit, ich würde sagen, so mit 12, 13, so um den Dreh, war ich schon recht übergewichtig. Das ist natürlich nicht gut für den Körper. So können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Es ist einfach nicht gut, für das Herz und so weiter übergewichtig zu sein, für die Haut. Ich habe da schon angefangen, Dehnungsstreifen zu kriegen und so weiter. Dann habe ich, glaube ich, so 15, 20 Kilo abgenommen. Da war meine Haut, sage ich mal, noch ein bisschen so am Start. Sie war noch relativ straff. Ich hatte trotzdem schon so überschüssige Haut an meinem Bauch und so weiter. Aber ich hatte gedacht, okay, vielleicht geht es mit der Zeit weg. Jedoch habe ich dann 30 Kilo zugenommen. Das müsst ihr euch vorstellen. Meine Haut war so... What is happening? Was macht dieses Mädchen? Das heißt, ich habe dann wieder 30 Kilo zugenommen. Es wurde wieder ausgedehnt, sage ich mal. Und habe dann daraufhin wieder so 15 Kilo oder so abgenommen. Das heißt, an ganz vielen Stellen ist meine Haut einfach nicht mehr straff. Manche Leute haben halt auch Glück nach Schwangerschaften, haben die einen super straffen Bauch. Aber mein Bauch ist auf jeden Fall, denke ich, bereit für eine Schwangerschaft, weil es ist genug Haut da. Ich werde vielleicht da keine neuen Dehnungsstreifen bekommen, weil ich halt so schon so oft hin und her gedehnt wurde. Ich kann euch mal an meinen Bauchzeiten kommen. Wenn wir schon mal bei dem Thema sind, man braucht es ja für nichts schämen. Ich habe halt eine so eine sehr signifikante Linie. Vor allem, wenn ich sitze, ist es halt so... Es ist nicht unbedingt so eine Speckrolle, würde ich sagen. Aber einfach, weil ich auch wirklich... Ich habe auf jeden Fall hier überschüssige Haut. Sieht man auch an meinem Bauchnabel. Der sieht halt nicht so aus, sondern er sieht so aus. Und kann natürlich sein, dass es trotzdem ein paar Kilos zu viel sind. Ich gehe aber davon aus, dass es sehr viel überschüssige Haut ist. Das sieht man auch an meinen Armen. Klar, manche Leute haben es mehr als ich. Aber es ist schon an einigen Stellen mehr, als ich es mir vielleicht wünschen würde. Aber das ist halt so etwas, was man nicht rückgängig machen kann. Ich will natürlich auch nicht übertreiben. Ich meine, ich habe Videos gesehen von Leuten, die, keine Ahnung, 300 Kilo oder so wogen. Die dann halt auf mein Gewicht abgenommen haben. Was glaubt ihr, was die für eine überschüssige Haut haben? Deswegen kommt immer darauf an, womit man sich vergleicht. Mit welcher Einstellung, Mindset, sollte man an einen Gewichtsverlust rangehen? Also, ich möchte euch empfehlen, wenn ihr abnehmen möchtet, dann seid euch sicher, dass ihr das über einen längeren Zeitraum machen möchtet. Also sagt euch nicht, ich muss jetzt in der nächsten Woche 5 Kilo abnehmen, weil das könnt ihr sowieso schon einmal vergessen. Das könnt ihr streichen, vorm Sommerurlaub nochmal 5 Kilo abnehmen oder so. Also, das sind halt, vielleicht ist es machbar, 5 Kilo abzunehmen, aber das sind halt keine 5 Kilo, die ihr halten werdet. Und es sind auch keine 5 Kilo irgendwie an Fett oder keine Ahnung, was die ihr abnehmen könnt, sondern es sind einfach nur 5 Kilo irgendwas an Wasser, an irgendwas aus eurem Körper, was sowieso wieder zurückkommen wird. Ich meine, im Endeffekt, das, was wir alle wollen, ist Fett verlieren und entweder die Muskeln gleich behalten oder Muskeln größer werden lassen. Keiner von uns möchte Muskeln verlieren und Fett zunehmen, oder? Also, seid euch sicher, ihr macht es über einen längeren Zeitraum und ihr lasst euch Zeit. Ich war in London als Au-pair und ich habe in der Zeit, sag ich mal, knapp 13 Kilo oder so abgenommen. Und ich habe halt wirklich, am Anfang waren es vielleicht ein bisschen mehr, da habe ich mal 2 Kilo in einem Monat abgenommen, aber sonst habe ich nie mehr als 1 Kilo in einem Monat abgenommen. Und ich glaube, für manche ist es unvorstellbar, weil die immer wieder Diäten machen, wo sie irgendwie in einem Monat 5 Kilo abnehmen und dann halt im nächsten Monat wieder 5 Kilo draufnehmen. Aber einfach, weil ich mir Zeit gelassen habe in dem Prozess, hat man gesehen, dass es auch hält, dass man bei dem Gewicht bleiben kann. Und dass es nicht die ganze Zeit so ein krasses Auf und Ab ist, wie ihr das genau anstellen wollt, ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, die meisten Leute sagen immer direkt, du musst einfach nur in einem Kaloriendefizit essen. Ich weiß nicht, ob ich da immer noch so genau hinterstehe, weil es kommt natürlich auch darauf an, wie ihr im Endeffekt aussehen möchtet, weil ich glaube, viele Leute sind vielleicht so in dieser Skinny-Fat-Lage, also die sind irgendwo dünn, aber haben schon eher einen höheren Körperfettanteil und möchten den einfach nur reduzieren und vielleicht mehr Muskeln drauf bekommen, sodass sie im Endeffekt, sage ich mal, die gleiche Größe, gleiche Kleidergröße haben, sondern einfach nur ihren Körper einmal umdisponieren oder so. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist es so ein bisschen, das versuche ich zur Zeit auch noch herauszufinden, weil ich eher jetzt in diesem Prozess bin, Muskeln aufzubauen, weil ich einfach sehr lange in diesem Kaloriendefizit immer war. Wie ich gesagt habe, ich habe anderthalb Jahre ungefähr Kalorien gezählt, wo ich dann so gemerkt habe, es bringt irgendwie mich nicht dahin, wo ich möchte und deswegen versuche ich gerade, es anders zu machen, versuche mehr zu essen, Sport zu machen. Sport ist ja auch eine wichtige Sache, weil du wirst keine Muskeln aufbauen, wenn du keinen Sport machst. Auch wenn du abnehmen, einfach nur abnehmen möchtest, einfach nur ein bisschen Gewicht verlieren möchtest. Manche Leute sehen das ja auch nicht so ernst. Die möchten hier nicht irgendwas aufbauen, Kalorien, Dings, sondern einfach nur so ein bisschen hier, macht einfach ein bisschen mehr Sport, versucht einfach ein bisschen was Gesünderes zu essen. Einfache Sachen, die ihr ausswitchen könnt. Man muss ja nicht immer direkt übertreiben, so dieses ganze Zahlenmäßiges betrachten und so. Einfach weil ich, glaube ich, schon so viel in den Jahren gemacht habe und mir angeguckt habe und so weiter, geht es immer in so eine direkt... Irgendwie übertreibe ich immer, habe ich direkt das Gefühl. So, ja, ich bin jetzt irgendwie voll abgekommen vom Thema. Ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war. Tipps fürs Fitnessstudio, wenn es einem peinlich ist, alleine hinzugehen. Ich habe auch eine Weile gebraucht, alleine hinzugehen, aber im Endeffekt ist es nicht so schlimm, wie ihr es euch vorstellt. Ihr kommt halt ins Gym rein, da ist niemand, der euch anguckt oder so. Auf jeden Fall in den meisten Fällen nicht. Es gibt natürlich immer ein paar Ausnahmen. Fangt einfach mal an. Ich weiß noch, bei mir am Anfang war es halt so, ich habe mich nicht getraut, Gewichte zu nehmen oder so, weil die lagen da halt auf irgendeinem Regal oder keine Ahnung was. Und dann bin ich halt die ersten Male, als ich im Gym war, bin ich immer nur auf die Cardiogeräte gegangen, weil das war halt so einfach. Wisst ihr, man geht rein, man geht auf dieses Gerät, nach einer halben Stunde geht man runter, geht nach Hause oder so. Und am Anfang habe ich mich halt nicht so wirklich getraut, aber so nach einer Zeit, dann habe ich mal hier ein Gewicht genommen und irgendwann war es mir halt so egal, weil die Leute sind halt da, die haben Kopfhörer im Ohr, die gucken sich vielleicht irgendwas auf ihrem Handy an, teilweise gucken Leute Serien oder so, manche Leute FaceTime. So, es juckt im Endeffekt keinen, was du da machst. Du könntest auch da irgendwelche Kopfstände machen und gleichzeitig jonglieren und alle werden so, ja mein Gott, wisst ihr, das ist halt ihr Training. Das ist echt so mein Tipp. Ich weiß, es sagen alle Leute, dass es im Endeffekt niemanden interessiert, aber das ist halt wirklich so. Im Endeffekt juckt es keinen, was du da machst. Ich mache ja jetzt halt dieses Programm von Natascha Osean, was ich schon angesprochen habe, das Bild-Programm und da sind halt teilweise Übungen bei, die sind halt so ein bisschen, wo man sich denkt, okay, muss das sein. Wisst ihr, man springt irgendwie rum, man muss irgendeinen Ball werfen oder keine Ahnung was, wo man sich denkt, man hätte auch irgendwie eine einfache Übung machen, aber ich mache die Übungen dann trotzdem und ich finde es eigentlich ganz lustig, weil im Endeffekt ist es halt, hat mir das nochmal gezeigt, dass es die Leute nicht interessiert, was du machst. Man muss sich einfach überwinden und hängen gehen, das ist wirklich so ein Ding. Irgendwann bist du halt in deiner Routine drin und dann ist auch alles egal. Vielleicht lernst du auch Leute kennen, dann macht es vielleicht noch mehr Spaß, dann kannst du sogar mit manchen Leuten reden, aber ich bin ja nicht so der Fan vom Reden im Fitnessstudio. Mit meiner Schwester ja, aber wenn man irgendwie so Leute sieht, die man kennt, bin ich immer so, alles gut, ja und sonst so. Ich bin halt so, ich bin hergekommen, um meine Übungen zu machen. Tipps zum gesund zunehmen, vielleicht auch ohne Sport. Hashtag unsportlich. Wie gesagt, wenn du Muskeln aufbauen willst, kommst du nicht drum rum, Sport zu machen, weil deine Muskeln müssen diesen Reiz bekommen, damit sie wachsen können. Aber gesund zuzunehmen, ist es halt voll schwer, weil manche Leute haben halt einfach so einen Stoffwechsel. Es hat oft was mit der Schilddrüse oder so zu tun, dass die essen können, was die wollen und nehmen einfach nicht zu. Und deswegen, ich kann nur sagen, versuche mehr zu essen, aber letztendlich weiß ich halt auch nicht, wie das funktioniert. Im Fitnessstudio lieber allein oder mit Freunden, Ilona und so weiter. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich gehe schon gerne manchmal mit Ilona, aber Ilona geht irgendwie immer gerne um eine andere Zeit. Also Ilona mag es nicht so gerne morgens zu gehen. Ich gehe voll gerne Morgenzeit. Meinung zur Anorexie. Was soll ich für eine Meinung haben? Ich hasse alle Essstörungen. Ich hasse es so sehr einfach. Ich war schon in verschiedenen Stufen von gestörtem Essverhalten. Und deswegen kann ich nur sagen, es ist scheiße und ich hasse es und ich wünsche es keinem, weil man halt, wie gesagt, auch nicht davon loskommt. So, es wird dich dein Leben lang begleiten. Du kannst es nicht komplett abstellen. So, Alkoholiker bleiben auch für immer trockene Alkoholiker. So, du wirst das halt einfach nicht komplett los. Es wird immer irgendwo ein Trigger für dich sein. Meine Meinung ist, ich hasse es. Hier, das ist an Anorexie. Willst du noch weiter abnehmen? Zurzeit nicht. Wie gesagt, ich versuche Muskeln aufzubauen. Dann nimmt man halt dabei zu. Ist natürlich auch irgendwo so ein Trigger für einen, wieder ein bisschen mehr Gewicht auf der Waage zu sehen. Aber dann muss ich auch lernen, mich einfach nicht mehr zu wiegen. Ich mache es schon regelmäßig, einfach nur um zu gucken so. Aber irgendwo würde ich mir wünschen, dass ich es nicht mehr mache. Aber irgendwie mache ich es trotzdem immer mal wieder, wisst ihr? Vielleicht muss ich mir selbst so eine Challenge machen. 30 Tage nicht mehr wiegen. Und dann mache ich es einfach nie wieder, wisst ihr? Wann hast du dir selbst am besten gefallen? Ich habe mir halt vor einem Jahr sehr gut gefallen. Also da war ich wirklich in so einer Phase, wo ich mir dachte, wow, who is she? Aber zur Zeit gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. Kann man nichts gegen sagen. Wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt gerade wieder so versuche, was Neues zu machen und so ein bisschen am Zunehmen bin, ist mein Gehirn so ein bisschen so, Laura, ist es das Richtige, was du da machst? Ist es eine gute Entscheidung? Solltest du vielleicht nicht trotzdem wieder ins Kaloriendefizit gehen und wieder abnehmen und so dünn werden, wie du vor einem Jahr warst? Aber, ne, ist schon in Ordnung so. Wie hast du deine Periode nach dem einen Jahr wiederbekommen? Ich habe angefangen, mehr zu essen und ich hatte auch sehr lange keine Süßigkeiten gegessen. Und ich glaube, dass ich generell sehr wenig Fett gegessen hatte. Und ja, ich habe dann halt generell, wie gesagt, mehr gegessen, habe wieder Süßigkeiten gegessen und dann ist sie zum Glück wiedergekommen. Deswegen, Leute, wenn ihr gerade nicht eure Periode habt, kümmert euch drum, weil, ne. Also da mache ich echt keine Witze. Merkst du schon, dass du etwas Muskeln aufgebaut hast, seitdem du den Kraftsport machst? Auf jeden Fall irgendwie schon. So, vor allem in Beinen habe ich das Gefühl. Aber ich habe das Gefühl, dass ich immer noch voll die Laucharme habe. Ich weiß nicht, wann es soweit ist, wann ich endlich mich mal ein bisschen stärker fühle, weil ich habe einfach das Gefühl, dass ich so solche Arme habe. Hast du gute Übungen für einen definierten Bauch? Ich finde, deiner sieht so gut aus. Danke auf jeden Fall. Ich habe euch gerade schon meinen Bauch gezeigt. Ich finde nicht, dass der so besonders definiert ist oder so. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich dieses Programm zurzeit mache, da sind halt keine Bauchübungen drin. Also, ich mache zurzeit gar keine Bauchübungen. Und ich denke mir so, vielleicht sollte ich das mal trotzdem zwischendurch machen. Aber letztendlich mache ich halt Übungen teilweise, die halt nicht für den Bauch sind, sondern irgendwelche Armübungen. Und dadurch, dass man halt so viel von seinem Körper anspannt, habe ich trotzdem Bauchmuskelkater danach. Ja, ich habe jetzt irgendwie schon so viel über dieses Programm geredet. Ich kann gerne mal irgendwie so als Abschluss, wenn ich mit dem Programm durch bin, so eine Review oder so machen. Ich weiß nicht, ob euch das interessieren würde. Ich bin halt jetzt, glaube ich, in Woche drei und das sind insgesamt zwölf Wochen. Ich hänge halt ein bisschen hinterher, weil ich ja zum Beispiel in London war und in der Zeit nicht im Gym war. Die nächsten zwei Wochen wird es auch wieder so ein bisschen kritisch. Deswegen ist es so... Wie schaffst du es, dich nicht durch die ganzen Insta-Bettys unter Druck zu setzen? Ich habe gemerkt, dass es einfach Leute gibt, die mich einfach mit ihrem Aussehen, mit ihrer Schönheit triggern irgendwo. Oder auch teilweise Leute, wo ich gesehen habe, okay, die sind sehr schön, aber ich habe Videos von denen gesehen, wo ich mir so dachte, ich kann einfach so persönlichkeitsmäßig nichts mit dieser Person anfangen. Und solchen Leuten habe ich halt allen entfolgt. Das heißt, wenn ich so auf Instagram unterwegs bin, ich fühle mich da irgendwie selten von jemandem unter Druck gesetzt. Also natürlich gibt es ein paar Leute, wo ich mir so denke, wow, die ist schön. Was mache ich überhaupt hier auf dieser Erde? Warum sehe ich nicht so aus? Aber ich finde es eigentlich immer ganz cool, auf Instagram zu sein und ich gucke mir halt gerne die Sachen an. Und auch wenn Leute irgendwie coole Outfits tragen oder so, deswegen finde ich das nicht so. Wenn ihr euch von irgendwelchen Leuten unter Druck gesetzt fühlt, dann entfolgt denen. Gone. Mit einem Klick sind die weg von eurer Timeline. Stresst es dich, öfter das Thema angesprochen zu werden? Ich habe auch abgenommen und manchmal das Gefühl, dass Leute nur das mit mir in Verbindung bringen. Ja, also ich finde es irgendwo schon ätzend, aber das ist halt so, mich interessiert das Thema ja auch. Kann man ja nichts gegen sagen. Letztendlich gucke ich ja auch gerne Videos zu dem Thema und ich informiere mich ja auch über verschiedene Sachen und so weiter. Deswegen kann ich schon verstehen, dass es einen interessiert. Manchmal bin ich halt so, zum 700. Mal gefragt zu werden, ja, wie viel wiegst du? Ist halt so, es reicht halt irgendwann. Wie viele Kalorien darf man essen, um abzunehmen? Das Ding ist, das ist halt bei jeder Person verschieden, wie ich euch vorhin schon gesagt habe. Bei mir waren es halt so, ich habe teilweise an manchen Tagen, ich habe wirklich so 4000 Kalorien verbrannt. Das tut natürlich nicht jeder. Es gibt so Rechner im Internet, da könnt ihr ungefähr nachrechnen. Man kann auch bei so einer Fitbit gucken. Man muss natürlich auch schauen, die sind halt nicht 100% akkurat. Also letztendlich ist euer Körper halt kein Roboter, keine Maschine, wo man irgendein Programm sich angucken kann oder so, wie das funktioniert. Letztendlich weiß man auch nicht 100% wie es läuft. Wie gesagt, es gibt so Rechner online, da könnt ihr schauen. Wenn ihr euch halt nicht bewegt, also so, wenn ihr einfach nur den ganzen Tag so in eurem Bett liegt, dann verbrennt ihr halt schon eine bestimmte Zahl. Bei mir sind es glaube ich 1600 oder 1700. Das heißt, wenn ich mich nicht einmal bewege, dann verbrenne ich schon so viel. Wie hält man seine Motivation zum Sport machen und Abnehmen aufrecht? So eine Sache, die mir halt immer so geholfen hat, ist, dass ich eine Zeit lang immer so dachte, ja, ab morgen, komm, letzter Tag, heute mache ich noch so und so. Ab morgen. Damit müsst ihr einfach mal aufhören und sagen, guck, ich mache es jetzt heute. Wisst ihr, dann macht ihr jetzt Sport. Wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, so, dann zieht ihr euch die Sportsachen an, geht eben eine Runde laufen, geht ins Fitnessstudio, fahrt eine Runde Fahrrad, macht ein Homeworkout, setzt es jetzt durch. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht erst am Montag, nicht erst am nächsten Monatsanfang und nicht erst 2020, sondern man macht es halt jetzt. Dann hat man es jetzt hinter sich gebracht, dann hat man jetzt das Workout dann, man fühlt sich jetzt besser deswegen. So, das ist mein guter Tipp. Könntest du dir vorstellen, selbst mal eine Dance Class zu geben? Ich denke, irgendwann, hoffentlich, vielleicht, ja schon, aber ich brauche halt selber so viel Training, ne? Ich habe schon ein paar Mal so Tanzen unterrichtet und ich mache es jetzt nächste Woche wieder. Nur mit Kindern ist natürlich ein bisschen was anderes, so vom Level her auch. Ich weiß nicht, ob ich das im Endeffekt so gut könnte irgendwie. Also irgendwann würde ich es schon gerne machen, denke ich. Würdet ihr hinkommen? Hätte ich vielleicht ein paar Leute. Welche Sportarten hast du schon ausprobiert und welche würdest du gerne noch testen? Gar nicht so viele. Ich habe zum Beispiel in der Schulzeit Sport gar nicht so gerne gemocht. Vor allem so Ballsportarten war ganz großes No-Go. So ein bisschen Touren mochte ich, Tanzen natürlich, alles, was so eher in die Richtung geht. Da war ich halt so ein richtiges so Klischee-Mädchen. Wie kann ich fokussiert aufs Abnehmen bleiben? Das sollte gar nicht das Ziel sein. Ich finde, das Abnehmen sollte so nebenbei herlaufen. Man muss sich nicht sein Leben darauf umdrehen, alles nur darauf fokussieren. Das sollte es meiner Meinung nach auf gar keinen Fall sein. Was ich auch noch so voll komisch finde, ist, dass immer so Leute mir irgendwie auch eine Diagnose geben möchten oder dass Leute denken, die wären schlauer als alle auf der Welt. Ich kriege von oft so Nachrichten, Laura, ich mache mir echt Sorgen um dich. Ich habe das Gefühl, deine Essstörung ist zurück. Und das ist mir aufgefallen wegen dem, dem und dem und dem. Und da denke ich mir halt echt so... Klar, natürlich kommt es so aus, sage ich mal, einer positiven Seite. Die Person macht sich Sorgen um einen, denkt, dass es irgendwas ist, aber... Ich finde es komisch. Ich finde es sehr merkwürdig, solche Nachrichten zu lesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was denkst du, warum der Mensch so viel Wert auf Äußeres legt? Wir haben zurzeit keine Probleme. So, worum sollen wir uns sonst kümmern? Treaten dich Typen anders jetzt, da du abgenommen hast? Ähm, nö. Eigentlich nicht, dass ich püsste, ne. Ist du gesund? Ist ja auch so eine Sache, ne? Ähm, ich würde schon sagen, relativ gesund. Also, ich versuche immer so, viel Obst und Gemüse und so zu essen. Schau, generell, ne? Hier Vitamine, da Vitamine. Also, ich würde schon sagen, denke relativ, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass alles, was ich esse, supi gesund und clean ist und keine Ahnung was. Also, ich habe auch eben einen Kakao getrunken mit Oreos, ne. Hast du Buchempfehlungen zum Thema Ernährung? Ähm, nö, ehrlich gesagt nicht. Ich muss leider zugeben, dass ich nicht sehr viel lese. Auch nie eigentlich über das Thema Ernährung. Bei mir fängt es morgens dann gut an, aber so nachmittags, abends ist wieder Katastrophe. Ja, das ist halt so ein Ding. Ich würde halt gerne sagen, kenne ich nicht, aber ich kenne es halt. Ähm, hatte ich auch schon sehr oft, ne. Man fängt morgens an und sagt sich, ah ja. Und da sind wir wieder bei diesem zu wenig oder sich zurückhalten. So, man ist die ganze Zeit so, ich muss jetzt super gesund bleiben oder nur eine ganz kleine Mahlzeit. Und dann fängt man halt so an und dann geht der Tag so los und dann, nachmittags, abends rastet man aus, weil man Hunger hat, weil man zu wenig gegessen hat, weil man sich die ganze Zeit was verboten hat und dann will man es. Es ist ein Teufelskreis, Leute. Hattest du einen Wiegedruck? Wie ich gerade schon angesprochen habe, aber ich glaube, ich mache das immer noch zu viel. Also, ich check regelmäßig mein Gewicht und ich glaube, ich sollte es lassen. Ich glaube, ich sollte die Waage rausschmeißen. Die war halt früher in meinem Zimmer, die steht schon nicht mehr in meinem Zimmer, aber es kitzelt manchmal schon, so in der Fingerspitze nachzuschauen. Hast du dich mit deiner Schwester und Mutter verglichen bei Mahlzeiten? Wir essen halt alle so unterschiedliche Sachen, das geht irgendwie gar nicht. Ne, ich glaube nicht. Wie oft gehst du ins Gym? Also, wenn ich wirklich regelmäßig hinzugehe und meinen Plan mache, dann gehe ich fünfmal die Woche, aber diese Woche zum Beispiel war ich auch erst einmal dort. Also, es war so ein bisschen... Kannst du mal im Gym vloggen drehen? Ähm, ich weiß nicht. Ich fühle mich halt nicht so wohl, auch noch beim Sport irgendwie zu filmen. Ich würde euch das gerne alles auch präsentieren und so, aber ich weiß nicht, ob da für mein Selbstbewusstsein reicht, dass Leute sehen würden, dass ich mich selbst dabei filme. Isst du seit dem Zuckerfasten weniger Süßes und wie stehst du zu Süßungsmitteln? Ähm, ich esse nicht weniger Süßes, also ich esse schon normal Süßes, sage ich mal, manchmal weniger, manchmal mehr. Ich bin eigentlich nicht so Anti-Süßungsmittel, muss ich sagen, also ich trinke ja auch am liebsten Coke Zero immer, aber irgendwie so in letzter Zeit schmecke ich Süßungsmittel immer voll raus und irgendwie mag ich die nicht mehr so gern. Warum immer Videos über dieses Thema? Gute Frage, meine Liebe. Ich wüsste es auch gerne. Nein, also wie gesagt, ich kann es ja verstehen, dass es einen interessiert und mich interessiert es ja irgendwo auch. Und das Ding ist aber, ich finde halt vor allem, wenn ich irgendwie so ein Video gedreht habe, ich finde, das triggert mich auch irgendwo. Wisst ihr, dann denke ich halt ja auch wieder mehr drüber nach. Aber das ist halt so, wenn ich anderen Leuten immerhin damit helfen kann, nehme ich das mal hin, einen Tag wieder mehr über das Thema nachzudenken. Aber manche Leute können das halt nicht nachvollziehen, weil sie sich noch nie drum gekümmert haben, weil sie sich denken, ja, sorry, ich wurde halt wunderschön geboren und ich habe halt 1960, 1990 so, ich kann essen, was ich möchte, mir ist das ganz egal. Beste vegane Proteinregel, die von Vegans. Die gibt es zum Beispiel bei Rossmann, die gibt es bei DM. Es gibt einmal Cookie Dough, es gibt einmal Strawberry, soll es Cheesecake sein oder so? und einmal Brownie und dann ist da so Schokolade außenrum. Oh, die sind so lecker. Wie lange sollte man circa Sport machen? Ist irgendwie ganz abhängig von dem, was du tust. Also es gibt ja auch so Sportkurse, sag ich mal, ich glaube Tabata oder wie das heißt, das ist einfach nur 10 Minuten lang oder Hit sollte man auch nur 20 Minuten lang machen. Das sollte man auch nicht viel länger machen. Deswegen kommt irgendwie voll darauf an. Also wenn ich Krafttraining mache, sind es schon meistens so eine Stunde, eineinhalb Stunden, weil ich auch immer wieder Pause relativ lang mache zwischen den Sets. Ja, wie gesagt, kommt voll darauf an. Also so ein Kurs geht ja meistens eine Stunde. Was sagst du zu diesem Shape-Babe-Zeugs? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich verstehe nicht, dass Leute immer noch Werbung für so einen Müll machen können. Ich verstehe es nicht. Katastrophal. Mir fehlen die Worte. Ich dachte, wir haben alle gelernt, dass man nicht mit Abnehm-Shakes abnehmen sollte. Das ist nicht so ganz sinnvoll ist. Trash. Das ist es. Tipps gegen Appetitlosigkeit. Can't relate. Das ist wirklich so eine Sache, die ich mir einfach nicht vorstellen kann. Ich meine es halt ernst. Also bei mir ist es halt nie so. Nichts kann mir den Appetit verderben. So manche Leute haben Stress und können nicht essen. Manche Leute haben das und können nicht essen. Bei mir ist es halt nie der Fall. Also egal was passiert, ich kann immer weiter essen. Dann habe ich noch eine Frage von einer Freundin bekommen. Wenn du eine Frucht sein könntest, welches Früchtchen wärst du? Ich liebe Wassermelonen, Mangos und Erdbeeren. Aber wenn ich eine Sache mir aussuchen müsste, ich glaube, dann wäre ich eine Wassermelone. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit weiterhelfen, dass ihr einfach wisst, ne, ihr seid nicht allein, ihr seid nicht die Einzigen auf der Welt, die irgendwie ein bestimmtes Problem haben oder so. Und wenn ihr ein Problem habt, öffnet euch irgendjemandem, sei es eure Eltern, eure Schwester, Freunde, Leute im Internet, können euch auch helfen. Sei es ein Therapeut, ein Arzt, irgendetwas. Man kann es sich halt aussuchen. Möchte man mit der Situation umgehen und lernen, damit zu leben oder möchte man für immer diese Essstörung irgendwo gewinnen lassen? Das ist halt meine Frage. Deswegen, Leute, wenn nicht, jetzt, wann, dann? Tut etwas dafür, dass es euch besser geht. Ich wünsche es auf jeden Fall allen. Genau. Das war es dann, Leute, von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.